Problematisches Umwandeln. Die Umwandlung ist ja etwas, was wir im Leben immer wieder anstreben oder was natürlicherweise auch immer wieder passiert, ohne dass wir es unbedingt wollen, ohne dass wir es unbedingt erkennen, ohne dass wir eine Intention haben und so weiter. Also Wandlungsprozesse, Umwandlungsprozesse sind ja etwas ganz Typisches, es sind geradezu etwas Natürliches. Ich verweise da in anderen Audios genauso drauf und weise immer wieder darauf hin, dass es das natürlicherweise gibt. Und wie gesagt, eine ganz einfache Form ist einfach, die Umwandlung abzuwarten oder tatsächlich eine Bewusstheit zu haben, was ist denn jetzt anders heute als gestern. Das ist ja das Einfachste. Wenn wir da jetzt mal spezifischer drauf eingehen an der Stelle und sagen, was tue ich denn? Wenn ein Mensch hat eine Störung, er hat ein Symptom, er hat eine Problematik und dann bedeutet das schlichtweg, dass wir am Symptom lang arbeiten. Auch das habe ich an anderer Stelle schon mal beschrieben oder mehrfach beschrieben auch. Es lohnt sich immer wieder, da unterschiedliche Positionen einzunehmen. Letztendlich geht es immer wieder um das gleiche Thema. Also am Symptom entlang zu arbeiten und das bedeutet, wenn wir Symptom betrachten, dann betrachten wir vor allen Dingen Emotionen und Affekt, also unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle, die wir haben. Nicht unsere intuitiv gelagerteren Gefühle oder reineren Gefühle, das hat eben unterschiedliche Dimensionen auch, aber immer wieder entlang am Gefühl, entlang an der Angst, am Zwang entlang, an der Phobie entlang, an der generalisierten Ernststörung entlang, an der problematischen Situation einer akuten Belastungsreaktion entlang und so weiter. Also wir können da den ganzen ICD-10 oder DSM aufführen oder triadisches System als Klassifikationssystem von Symptomen, von Symptomen von Krankheitsbildern und da entlang arbeiten. Also immer am offensichtlichen. Und typischerweise haben Menschen oft die Tendenz, nicht am offensichtlichen zu sein, weil das ja Angst macht, weil das problematisch ist, weil das Leid verursacht. Also etwas anderes zu tun. An anderer Stelle verweise ich darauf hin, dass wir dann zum Beispiel die Möglichkeit haben, Muster zu unterbrechen, indem wir auch was anderes tun. Nicht das andere tun ist eine Möglichkeit, ist eine therapeutische Flexibilität, die wir probieren können, aber sie gelingt nicht immer, weil das Problem natürlich des Musters das ist, dass es dann wieder unterbewusst ins Unbewusstsein gerät, ins Unterbewusstsein gerät und dann bei Gelegenheit wieder eben an der Oberfläche ist. Insofern gelingt das manchmal und manchmal nicht. Also am offensichtlichen zu arbeiten. Was hat der jetzt hier gerade? Und mach dich zum Spezialisten, das ist also mein Ratschlag an der Stelle, des Emotionalen. Wenn ein Mensch ein Problem hat, dann redet er über das Problem oder vielleicht redet er auch nicht, weil er gar keine Worte findet. Dann findest du Worte für ihn, dann analysierst du mit ihm das Problem, dann gibt es Probedeutung und all diese Geschichten. Aber was ganz wichtig ist, dass du dich nicht nur auf eine rationale Ebene oder intellektuelle Ebene verabschiedest und sagst, ich verbalisiere das bloß nicht und wir machen hier einen Plan, wie wir den Konflikt lösen können und dann ist das nur dieses Blabla an Gerede, sondern das Entscheidende ist, dass du die Emotionalität, die dahinter liegt, tatsächlich ergründest und erkundest und differenzierst und auch genau da dran bist und sie zum Fluss bringst, also dann zum Ausdruck bringst in Form der Trauer, der Wut, der Tränen, was auch immer dahinter liegt oder der Liebe auch, die da ist oder der Erotik und all diese Geschichten. Das meine ich mit diesem Offensichtlichen und das meine ich mit dem Unvermeidbaren zu arbeiten. Das Unvermeidbare ist das, was wir nicht vermeiden können, vor dem wir aber in der Regel weglaufen im Leben und dadurch machen wir uns und kreieren wir uns geradezu die Konfliktmuster, Probleme immer wieder, die da sind. Also wir widmen uns tatsächlich dem Kern dieses Wirbelsturms, dem Auge, dem fürchterlichsten, metaphorisch gesehen, dem problematischsten und sind vor allen Dingen in der Berührtheit, in der Begleitung, wenn wir Begleiter sind, sind wir berührt davon. Das ist die Empathie, das ist der Teil des Mitgefühls, der dabei so richtig zieht. Also wir sind geradezu mit dem Klienten in seiner Geschichte drin. Wir sind mitberührt, wir sind mitbetroffen, ohne dass wir da hineingezogen werden oder hineingespült werden, sondern wir sind eben seine Helfer, die mit drin sind. Und das erleichtert es, diesen Menschen in dem Offensichtlichen zu bleiben und dem Unvermeidbaren tatsächlich ins Auge zu gucken. Ein zentraler Punkt, wie so oft, ist natürlich dann die Atmung. Und mit Atmung meine ich, wenn es uns gelingt, einen Menschen dahingehend zu konditionieren, dass er einfach nur auf seine Atmung achtet, immer wieder beliebig in jeglicher Alltagssituation. Geradezu lernen, konditionieren, so wie ich lerne eben, mir die Hände zu waschen. Das ist ganz einfach im Grunde genommen. Immer wieder auf die eigene Atmung für Sekunden, für Momente, für vielleicht Minuten zu achten. Da geht es nicht um eine Penetration von ein Stunden, zwei Stunden Meditation oder sowas, gar nicht. Sondern einfach nur darauf achten, wie ich jetzt atme. Und das ist interessant, wenn man seine Atmung dann immer wieder in solchen Situationen entdeckt und sie damit konditioniert mit dem Problematischen, dem Konflikthaften. dann passiert etwas. Weil Atmung hängt immer mit der Emotion zusammen, hängt immer mit unseren Bedürfnissen zusammen. Es gibt tolle Studien über Puls und Atmung, also Herzschlag, Frequenz, Pulsfrequenz und Atmung und problematischen Situationen. Die kann man hier alle zu Hilfe ziehen. Das ist jetzt aber nicht Sache hier dieses Vortrags. Das Problem ist immer wieder, was Menschen haben, die Verhaftung an dem Emotionalen. Und vor allen Dingen die Angst, die im Hintergrund steht. Bei allen Konflikten geht es letztendlich um die Grundformen der Angst, denen wir als Menschen immer wieder ausgesetzt sind. Und wenn wir dann in diesen Momenten atmen, also auf unsere Atmung einfach achten, einfach spüren, wie die Atmung stattfindet, dann geschieht in dem Emotionalen eine Wandlung. Dann bleibt diese problematische Emotion, Wut, Ärger, Trauer, Verzweiflung, Hass, was es auch immer ist, nicht mehr so da, sondern sie verändert sich. Nur zum Beispiel durch diese Aufmerksamkeit auf die eigene Atmung, die geschieht. Die geschieht ganz natürlicherweise. Ich muss nichts dazu tun. Ich muss nicht zählen. Ich muss nicht irgendwie abwarten oder von hinten nach vorne atmen, von links unten nach, diese ganzen Schämen kannst du vergessen. Sondern einfach nur die Aufmerksamkeit in der Atmung in diesen Augenblicken haben. Das heißt, Emotionen haben die natürliche Tendenz, sich stets und ständig zu wandeln, wie sich auch sonst alles im Leben wandelt. Wenn man ihnen die richtige Aufmerksamkeit gibt. Und darum geht es hier jetzt bei dieser Umwandlung. Und damit geht es natürlich immer wieder auch um das Anhalten, um das Verlangsamen, um den natürlichen Abstand zu bekommen, um nicht mehr verhaftet zu sein und damit verstrickt zu sein und damit eben diesen Selbstläufer-Rekonditionierung immer wieder neu zu bedienen. Ohne, dass das Ganze verdrängt wird. Verdrängen ist dann nochmal was anderes. Das ist dann nicht mehr angucken, was anderes tun. Und da könnte eben eine Verdrängung geschehen. Das ist hier nicht gemeint. Das heißt also, wir geraten immer wieder von diesem offensichtlichen, emotionalen, Affektiven wie Ärger, Zorn, Wut, Trauer, Ekel, Begehren und so weiter zu etwas Neutralem letztendlich vom Emotionalen her. Es gibt auch neutrale Emotionen. Ja, dieser Gleichmut ist eine wundervolle Schwingung, die wir immer erleben können als Menschen, wo wir aber nicht an den Dingen anhaften und verstrickt sind oder etwas begehren oder gierig sind, sondern es ist so etwas wie eine Freude, eine schwingende Freude, die stets da ist. Bis letztendlich eben auch zu positiven Emotionen, die dann möglich sind. Was ich immer wieder erlebe, ist vorschnell, ich möchte geliebt werden, ich möchte mein Herz öffnen, öffne dein Herz. Diese ganzen Heiligen, die wir da heutzutage haben, die das immer wieder predigen oder die eben falsch rezipiert werden. Das ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, öffne dich gleich der Liebe. Das ist es nicht. Ich muss immer mit dem Unmittelbaren arbeiten, mit dem Offensichtlichen und erst dadurch ist eine Umwandlung überhaupt erst möglich. Also letztendlich geht es wiederum hier um Achtsamkeit, um die Art von Achtsamkeit. Aushalten, dehnen, nicht bewusst werden, anhalten in dem Sinne, ich lasse das jetzt mal tatsächlich wirken und ich halte es auch aus, diesen Konflikt. Das sind dann oft zum Beispiel die Ergebnisse von Tränen. Also wenn ich mit meinem Klienten arbeite, dann entsteht da diese gemeinsame Berührung in dieser allumfänglichen Empathie, in diesem Mitgefühl. In diesem tatsächlich mit in das Bad des Klienten einsteigen. Es ist aber natürlich nicht mein Bad. Ich habe auch keine Angst, dass ich davon weggespült werde oder umgebracht werde oder irgend sowas. Sondern es ist die Gemeinsamkeit, die ihn dazu befähigt, sich das selber eben auch zu betrachten und einzugestehen und all das. Und das sind Tränen, das sind Emotionen, die tatsächlich tränenvoll in den Fluss kommen. Das ist ein Mitgefühl zur Erlösung und letztendlich dann zu dieser Gemeinden und natürlich gelehrten Liebe, die alles umfest umfängt. Und damit ist es eine Erlösung. Und damit ist es im triebgeschichtlichen Kontext, wenn ich diesen Ausdruck an dieser Stelle bringe, etwas ganz Wesentliches. Nämlich da ist etwas zum Zuge gekommen, da ist etwas zu einer Befriedigung gekommen und dadurch kann es erst wirklich erledigt sein. Alles andere ist Flickschusterwerk oder Unvollkommenheit. Also das Symptom als Ausdruck, das gesehen, gefühlt werden will, wahrgenommen werden will, natürlich bewältigt werden will. Aber der Kern der Umwandlung und der Möglichkeit der Umwandlung ist wirklich, an der Emotionalität entlang zu arbeiten. Und damit haben wir eine große, wichtige Akzeptanz und das Annehmen dessen, das ist das, was Rogers oder was humanistische Therapeuten meinen, mit der Akzeptanz und dem Annehmen, nicht sich dem widmen, was da offensichtlich ist. Und dadurch entsteht etwas anderes. Dadurch wandeln sich die Bedürfnisse, dadurch wandeln sich die Emotionen und die Affekte und es kommt ein anderer Ausdruck zustande. Erst das kann dann wirklich diese problematischen Affekte überwinden, die natürlich die Tendenz haben, immer wieder zu kehren. Das ist ja der Kern von Konflikthaftigkeiten oder von Konfliktmustern. Wir wollen natürlich Konfliktmuster immer wieder auch unterbrechen und das ist eine Möglichkeit. Konfliktmuster